Hi Angel hier für TabletBlog.de. Wir haben hier das Asus Pad Phone jetzt als Tablet. Wir haben eben hier schon den Smartphone Part gesehen. Das Smartphone befindet sich jetzt hier hinten drin. Und dann haben wir ein tolles Tablet. Ein Zehnsor-Display, Auflösung ist 1280x800 Pixel. Scheint ein IPS-Display zu sein, zumindest sind die Blickwinkel hier recht gut. Sieht alles gut aus. Wir haben hier in dem Asus Pad Phone, im Smartphone Part, steckt ein 1,5 GHz Dual-Core-Prozessor, 1 GB RAM, 16 bis 64 GB Speicher. Und dieses Tablet hier ist letztendlich nur ein Display mit einem großen Akku. Wir gehen trotzdem mal um das Gerät herum. Wir haben hier ein Power-Button. Dann hier ist dieser Port, wo das Smartphone reinkommt. Da hinten kommt auch die 8-Meter-Pixel-Kamera und der Blitz raus. Dann haben wir hier an der Seite weiter nichts. Hier unten haben wir noch einen Konnektor für die Docking-Station. Und das hier scheint so ein Rocker-Switch zu sein, um die Lautstärke zu regeln. Und, hopp, da sieht man was kaum. Rocker-Switch um die Lautstärke zu regeln. Headset-Port. Und das war es auch schon. Ja, was jetzt neu ist, auf der CES hatten wir es schon vermutet. Da war nämlich dieser Port unten schon zu sehen. Und tatsächlich hat Asus jetzt auch für das Asus Pad Phone eine Docking-Station, einen Tastatur-Dock rausgebracht. Das kann man da reintun und dann hier mit schreiben. Das ist ganz gut. Nicht dieselbe wie beim Asus iPad Transformer oder Transformer Prime. Eine andere, aber basiert auf dem gleichen Design natürlich. Sieht auch sehr ähnlich aus. Ja, hier drauf haben wir Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Wir haben jetzt auch gesehen, dass das in die Tablet-View umgeswitcht hat. Wir schauen trotzdem nochmal schnell hier rein. Und dann haben wir tatsächlich Android 4.0.3. Und wie auf dem Pad Phone Smartphone, auch diese, ich glaube Pad Phone Station nennen sie diesen Tablet-Part, auch damit ist das natürlich ziemlich schnell. Ja, es ist das Asus Pad Phone auf dem Mobile Work Congress in Barcelona, jetzt mit einer Docking-Station.